So, das hatten wir ja in der letzten Folge schon mal gemacht. Da hatte ich halt nur nicht gespeichert. Ja, da sind wieder diese lustigen Typen. So kann man da wahrscheinlich nichts machen. Natürlich nicht. Da oben war ein Hebel irgendwo. Dann sind wir mit diesen Platten hier dringekommen. Ja, hier oben war das. Dann tatsächlich bis hier oben hochklettern. Glaub ich. Ups. Da. Oh ne, jetzt hier kamen die nicht. Oh, das war jetzt natürlich noch ein kleiner Fehler meinerseits. Oh, effektiv! Ach, bin ich feige. Aber wer hinterhältig zu mir ist, zu dem bin ich auch hinterhältig. So, hier war noch einer. Oh, der hat diese... der Hebel hier klappt diese Teile hoch. Müssen wir eben gucken, wo ich bin, vielleicht kann ich hier was sehen, wo es ist. Nein. Nicht wirklich. Naja, mal wieder runter hier. Da war noch so eine Glocke, die bimmeln wir mal. Okay, ich wollte jetzt gar nicht speichern, ich wollte meine Pistolen haben. Ach, das ist gar nicht getroffen. Habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Aha, das ist das Gitter. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Irgendwas hat ein Geräusch gemacht. Muss man da drauf springen, laufen. Ah, so geht's. Ah. Das ist nur die Frage. Was bringt das? Oh. Hm. Da geht's da hin. Ist hier noch so ein Ding? Nee. Die nochmal. Oh. Nee. Ach, die Munition hätte ich fast vergessen. Oh. 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 Ah, ich weiß das im Moment nicht so. Wow. Wow. Da ist es. Das sieht ja lustig aus, ne? Kann man ja nicht sagen. Anders meine ich. Ah, was hat diese... Was? Was? Oh. Oh. Ja, da brauchst du dich auch nicht mehr festhalten. Ich bin gleich tot. Nein, ich nehme kein Midi-Pack. Ich werde einfach sterben, weil ich eh nicht viel erreicht habe. Oh. 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh. 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 So, jetzt bin ich doch tatsächlich sogar bis dahin gekommen. Das Gitter ist auf. Hä? Das hatten wir schon. Ich kann aber nicht durch. Da ist doch so ein Brett. Okay, hier muss irgendwo noch ein Hebel sein. Da war ich jetzt schon mal oben in dem Safe. Was bringt das? Oder ist das noch eine andere Glocke? Jetzt sind beide Gitter auf. Ich nehme das jetzt mal so hin. Auch nett. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Wo komme ich hier jemals wieder runter? Muss ich runter? Nein, da ist ein Gitter. Das hat sich auch geöffnet. Ob das der reguläre Weg ist? Ich weiß es nicht. Eine Leiter. Das ist immer sehr vielversprechend für mich. Und speichern. Und nicht vergessen zu speichern. Und in der nächsten Folge hoffe ich, dass es genau hier weitergeht.